ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play gta 5 ja ja es geht heute die letzte mission überhaupt in gta 5 beispielsweise die letzten folgen also eigentlich ist es tatsächlich wirklich die letzte mission aber ja wir haben ja gesehen gestern und vorgestern wir haben erst java gekillt und dann jetzt michael so und jetzt gibt es eine weitere option noch nämlich die option das klingelt schon wieder er mag das sein aber wir wissen sie also jetzt mein folgen wissen wir wer das ist so hey slick it's me what the fuck do you want you got my money punk hey you got some coconut water or something like that i need some electrolyte damn it's kind of warm in it man you got a deafness or something am i supposed to kill you now oh no bro not me nah oh yeah but that's my boy yeah but that's my boy he has betrayed everyone he's ever known he's got you involved with the federal government and he's messed up several business ventures of mine he has got to go and you know what i'd like to say that this isn't personal but it is personal but the feds man the feds have told me to kill trevor and i obviously can't kill them both the feds steve haynes dave norton i own shopping malls i would not employ those two clowns and and i make one phone call their careers they are over so you're gonna a listen to some 50 grand a year pension hunter or b a billionaire who even the president lets finger his wife or c try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass a b or c times ticking pal b b b b b b b b b and your answer is c good deal is off to us total genius but time is running you think about it me i got a triathlon coming up and i am in deep training bye bye yeah we're going to see lester franklin lester dog man we need to talk i got a problem i need your help with man actually fuck it man we all got a problem you can help us with calm down all right come to my house all right all right i'm coming so wir sollen zur lester so ich muss auch mal kurz in die stelle markieren wo ist er denn der gute lester da unten so 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 Ja. Was haben wir? Klar, Farm ist doch genau auf meine Spur, Vollidiot. So, wie gesagt, das ist die Kitzelfolge in GDV. Der Todeswunsch. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wie es jetzt auch weitergeht. Und klar, wie gesagt, wir haben 12 Uhr angekriegt, wir haben Michael gekriegt. Zumindest habe ich euch die beiden Zeigen und zeige euch jetzt. Ende Nummer 10. So, mal gucken. Die Taxi-Verbund gibt es ja nicht mehr, offiziell. Was ist denn heute los hier? So. Was ist die Panik, Mann? Was sagst du, was sagst du? Man, imagine ein fucking Scenario, das würde das Beste machen. Boi, mein Geist ist nur auf dem Rennen. Aber ich will nicht sagen, was wirklich so spannend ist, und dann musst du dich alle deflaten und sagen, nein, nein, es ist nur, dass jemand die gleiche Tattoo ich habe. So, warum nicht einfach sagst du mir? Einige Motherfucker möchte mich töten Michael. Einige Motherfucker möchte mich töten Trevor. Ich fühle mich, dass ich nicht töten beide von ihnen. Mann, ich bin krank, Mann. Ich weiß nicht, was die Kranker zu machen. Ich kann das sehen. Wer sind die Motherfuckers? Steve Haynes, dieser angry Motherfucker aus der FIB. Devin Weston, Mann. Du kennst das... Oh, der angry, rich Kranker aus dem ganzen Hohle, er in die Hohle hiberniert. Genau. Okay, okay. Ich sage, kill Michael, dann kill Trevor. Mann, sind Sie für reale? Du bist krank, ich weiß, ich weiß nicht. Du kennst alles, Mann. Ich weiß, okay, aber ich bin sorry, ich glaube, das ist es. Ich mache mein Bestes, Mann. Ich weiß nicht, wie du mit den beiden können. Ich weiß, Mann. Ich weiß nicht, wie du mit den ganzen Hohle bist du mit den ganzen Hohle, ich weiß nicht, wie du mit den ganzen Hohle Steve Haynes ist unter viel Hohle wegen der FIB in der Korte. Und Devin Weston ist, A, bekanntlich, als ein großer Hohle, und B, bekanntlich, als Don Percival, der läuft Merriweather. Ich denke, in Wahrheit, Weston owns ein Stück Merriweather. Ja, 11 Prozent. Sehr gut für ein Pseudo-Liberal wohnen einen privaten Armee. Also, sie würden beide lieben sich involviert in der Beobachtung die Bullion die wir gerade gestrichen haben. Wenn ich sie beide dass du sie in der Fountain und wir haben die Hohle die Hohle, dann vielleicht, vielleicht beide von ihnen wird dir ein Beobachtung und BAM! Wir haben es in eine BUSD. Ich habe keine bessere Ideen. Okay, ich werde mich in Kontakt mit Michael und Trevor Lama! Oh, Lama ist am Haus ab. Okay. Ja, komm. Das ist eine Gießerei. Das ist eine Gießerei. Hey, look, hear me out, man. Wenn es zu schwer für dich, du kannst du weg, keine Dramatung. Halt mich mit dem. Man, wir haben ein wirklich Problem, dog. Meine Jungs, man. Well, wir versuchen zu retten. Du hast eigentlich etwas für deine Hohle für ein Veränder? Hell, ja, ich bin in. Wer will clap your Hohle? Wer nicht, n****? Diese Chinesi, diese FIB-Cast, die rich white-asshole who schämt uns auf dem Auto. Devin Weston? Das Punk, Bitsch! Warum hast du gesagt, wir schämt uns auf ihn? Wir schämt uns auf ihn, n****. Least ich nicht, dass er da sein wird. Wir müssen alle die Hohle erheben, bevor wir uns überrascht, wie wir zurückkommen auf ihn. Aber du ist zurückkommen, richtig? Oh, ja, wir schämt uns auf das, n****. Oh, so du nicht der Mercurier, der früchst, du? Mann, I'm just trying to make something out of myself, dawg. That don't change who my homies are, n****. It don't change my family. Shit, n****, you getting me all emotional now. N**** might have to stop me from sucking your dick, n****. Oh, please, n****, fuck off. Look, man, Mike und Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holla at you. Cool, betriggst die Gießerei. Das ist doch nicht, dass ich die Gießerei wegen dem kwiege Kohle. Ach, wegen dem Geld, ne? Was von dem Überfall? Es fing geil an und es hört auch sehr geil auf, definitiv. Fuck it! Where do you want me? All right, man. You go over there. All right, where you want me? You hold your position right there. Okay. I'm gonna go over there. Okay, let's go. Let's go. I need a fresh magazine. So, dann gehen wir zu Trevor. We were waiting for you. You fucking pussy. There's no metal here. Grab your time. Tap. Please. You see these fools? The FIB and Meriweather are doing us a favor. Taking each other out. Keep your hands. You know what you're dying for, bud. You know what you're dying for, bud. They're gonna run up on me. We got this. Go help your friend. All right, all right. I'm coming, Tom. So, wechsel zu Franklin. I'm gonna move as soon as I got it over. Wer gibt dich zu? Lama. Lama. Ja, ja. Ja, 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 ja. Kai. Just hold on, man. I need some help, man. Quick. Fuck, homie. I'm trying to get to you. Hey, this one's causing trouble. There you go. It wouldn't be right if I didn't have to save your ass just one. Save me? Nigga, I just wanted some company. You get a pussy? I just need a freie Bahn. Work at day, ass, niggas. T. T, come in. All back. Frank, I think he's in trouble. This FIB team, when I last saw him, and he ain't responded. Man, I gotta stay out here with the North. Can you get to him? Shit. Oh, so Danny Frick, please. He's in trouble. Oh. All right. I'm looking for it. Cup. Come on, T. Cut it out. Ja, haltet durch da draußen. Wir gehen rein. Fuck, 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 fuck. Was ist mit Trevor los? What the hell? I killed for a living! Talk to me, T. T. Him. There's some serious shit going on down here. We're in that. Trevor. There you are, you dick. What was the problem? lege die angreifer woher kommt auch eine ganze menge hier 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 Okay, okay, he knows. This ain't lookin' good for me! Dude, this is gettin' heavy! We're ready for ya, cunt- Let's finish this! Let's do it over there! I can use a little help! Show's over, clown! Hey, I'm against it, bro! There's no metal here! Oh, we're back right up! Hey, you see this very well, Chopper? Time to meet your maker! Come on! Come on! Oh, I'm in trouble! Over here, you asshole! Oh! Hey, homie, I trust you in all, but... You are my... Where's the goal? I don't see it! I need help here! You know what you're dying for, bud? Okay! Let's regroup with the main set of doors! Aber das machen wir erst in der nächsten Folge bei Let's Play GTA V! resell Nawetha 4 5 4 8 9 10 8 Vielen Dank.